Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem Special Feature bei Upsides. Ihr wisst es, die Winterpause, die ist nun vorbei, aber ich bin euch ja noch was schuldig und zwar das Team der Vorrunde in dieser Saison 2020-2021. Ganz wichtig, da letztes Jahr eigentlich die Saison sehr früh fertig war und da eine große Pause stattfand zwischen März und August, ist es sehr wichtig, die Leistungen der Spielerinnen noch genauer zu bewerten, weil viele von ihnen hatten eigentlich fünf Monate Pause und mussten dann wieder liefern auf dem Level, wo es von ihnen erwartet war, schon vorher und das haben dann die üblichen Kandidatinnen für die Teams der Saison und Team der Vorrunde nicht alle gemeistert. Dazu werden wir dann später kommen. Wir schauen uns aber heute das Team an, das ich in den ersten 13 Runden gesehen habe, das sich am besten präsentiert hat. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Teams, da sind verschiedene Gründe drunter, weshalb diese Spielerinnen das in das Team der Saison geschafft haben. Die werde ich dann auch erläutern. Zum Schluss werde ich dann noch ein paar Honorable Mentions haben, also Spielerinnen, die es durchaus auch verdient hätten, hier in dieser Elf Platz zu haben, aber aus verschiedenen Umständen oder Teambalance, die uns ja auch wichtig ist, immer wieder als Fußballanalysten, nicht jetzt in dieser Elf fungieren, aber die sehr wohl dann vielleicht in einem Team der Saison fungieren könnten, abhängig davon, wie sie in den nächsten 15 Spieltagen aussehen werden. Neu ist auch, dass wir vorhaben, geplant ist, ab jetzt für jede Woche ein Team der Woche zu ernennen. Das wird dann auch helfen zu sehen, wer vielleicht die Leistung aus der Vorrunde mitgebracht hat, immer noch auf dem Level ist oder wer vielleicht halt etwas abgefallen ist. Das wird euch aber auch zeigen, wer alles Kandidatinnen sein könnten für ein Team des Jahres, wenn es dann wirklich im Sommer nur für Elf reichen wird. Gut, das also alle Disclaimer, gehen wir jetzt ans Eingemachte. Fangen wir an zwischen dem Pfosten. Hier haben wir eigentlich wirklich nur eine Kandidatin, die herausgestochen ist, im Ausmaße, dass man sie wirklich als beste Torhüterin der Vorrunde zählen könnte, und das ist Gael Thalmann. Die Schweizer Nationaltorhüterin ist erfahren, ist gut, das wussten wir. Was aber an ihr noch mehr beeindruckt, ist, dass sie immer wieder an sich arbeitet. Ich habe das Gefühl, in den anderthalb Jahren, in denen wir sie jetzt hier in Servet gesehen haben, in Genf, ist sie nochmal eine Spur besser geworden. Sie hat an ihrem Spiel gearbeitet und das ist extrem zu loben, dass eine 35-jährige Torhüterin sich die Zeit nimmt, an ihren Reflexen zu arbeiten, ihr Fußspiel verbessert, wirklich immer besser wird in ihrer Tätigkeit. Und ich denke, Gael Thalmann kann auf diesem Level, wenn es so weitergeht, für Servet noch locker zwei, drei Saisons anhängen. Sogar noch länger, je nachdem, wie sich ihr Fitnessstatus dann weiterentwickelt und was sie mit ihrem Leben anfangen will. Neben dem Fußball, aber die Leistungen auf dem Platz großartig, auch schon letzte Saison. Aber diese Saison, muss man sagen, überragend. Die einzige Torhüterin, die wirklich konstant immer gespielt hat, keine Verletzungssorgen, die nicht ausgefallen ist, die keine Konkurrenz genossen hat. Ein Spiel musste sie aussetzen wegen Covid. Dann hat Fanny Kaiser sie vertreten, sehr gut. Jetzt im Verein neu mit der Rivalität von Laura Droh und Fanny Kaiser sicherlich nochmal ein Ansporn für Gael Thalmann besser zu werden. Thalmann war extrem gut zwischen dem Pfosten, also auf der Linie. Da war sie großartig. Sie hat sich verbessert im Spielaufbau, im Spielkontrolle, wo sie mit ihren Mitspielerinnen gesprochen hat. Man hat es ja gehört, ohne Zuschauer, jetzt in den Fernsehübertragungen, bin Thalmann sehr laut. Das war nicht immer der Fall, dass man das immer so klar gehört hat. Also auch da nochmal einen Schritt weiter. Und natürlich ihr ganzes Involvement im Spielaufbau. Servet ist sehr gut. Eben das Spiel von hinten aus aufbauen. Und Thalmann ist da essentiell, wie schnell sie den Ball verteilt. Und das hat sie großartig gemacht. Hat sie Mängel? Ja, sicherlich hohe Bälle flanken. Wenn sie rauskommen muss, ist sie natürlich mit ihren 35 Jahren, kann sie nicht alles nochmal verbessern. Aber ich habe einen klaren Schritt nach oben gesehen. Ich habe eine sehr, sehr gute Torhüterin gesehen. Konstante Torhüterin. Mit Abstand die Beste in der Liga im Moment. Das widerspiegelt sich auch in den wenigen Toren, die Servet kassiert hat. Oft auch wegen ihr. Sie ist eine gute Absicherung für diese Abwehr von Servet, die gut ist. Nicht immer standfest, aber mit Thalmann zusammen dann eine Einheit bildet, die doch sehr, sehr über dem Durchschnitt der Liga liegt. Und Geil, Thalmann hat hier ein großes Wörtchen mitzureden. Ist Teil der Lösung. Ist die beste Torhüterin bisher in der Liga. Mal schauen, was in den nächsten 15 Spieltagen läuft. Aber ich denke, Thalmann kann sich schon wahrscheinlich darauf freuen, auch als beste Torhüterin in dieser Saison durchzustehen. Und im Sommer wahrscheinlich auch dann im Team der Saison zwischen dem Pfosten zu stehen. Gehen wir nun zur Abwehr. Ganz speziell, normalerweise mache ich mein Team des Jahres mit, oder Team der Vorrunde mit einem 4-3-3. Das ist mein Lieblingsspielsystem. Das ist die Balance, die ich angesprochen habe. Die sehr, sehr gut ist. Dieses Mal aber angesichts dessen, wie die Teams gespielt haben in der Saison und welche Kandidatinnen sich da durchgesetzt haben, habe ich mich entschieden, mir dann im 3-5-2 in die Runde zu gehen. Ich habe das Gefühl, so ist die Ausgeglichenheit zwischen den Talenten der Spielerinnen, die in ihren Vereinen und in der Gesamtliga rausgeragt sind, wirklich am besten dargestellt. Ein 3-5-2 heißt, drei Abwehrspielerinnen. Wir machen gerade weiter. Rechts in dieser Dreierkette würde ich Amandine Sulach platzieren. Die Abwehrspielerin von Servet, also auch da. Das Team, das am wenigsten Tore kassiert, das Team, das am besten aussieht, das beste Team der Vorrunde, muss man so unterschreiben. Und Amandine Sulach hat einen guten Beitrag dazu geleistet. Sulach ist sehr gut, wenn es darum geht, das Team nach vorne zu projizieren. Offensiv, aber sie ist auch defensiv sehr abgeklärt. Läuft zurück, schließt die Räume für Flügelspielerinnen. Wenn mal eine Außenverteidigerin versucht, sich da durchzuschlängeln an der Seitenlinie, ist Sulach oft zur Stelle. Sie blockt Flankenversuche. Sie ist auch oft schnell mal an der Seite von Thalmann oder hinter Thalmann da, um auf der Linie abzuwehren. Amandine Sulach ist sehr, sehr souverän in dem. Eine erfahrene Spielerin mit sehr, sehr viel Anteil daran, wie gut Servet bisher abschneidet. Jonathan Tünik, der ehemalige Kommunikationschef von Servet FC Chinois Femina, also der Frauenabteilung von Servet, hat mal in einem Tweet geschrieben, such dir eine Freundin, die so fest für dich kämpft, wie Amandine Sulach für den Ball, wenn sie den verliert. Und ich denke, das unterstreicht es. Sulach souverän, sehr, sehr stark. Ein wichtiges Element, nicht nur, und das werden wir durch das ganze Aussehen, durch das ganze Video hier, nicht nur in ihrer Funktion als Defensivspielerin, sondern auch offensiv. Sie kreiert das Spiel. Sie ist oft auch mal die erste Ballannahme von Thalmann. Thalmann gibt ihr den Ball und sie muss das Spiel dann weiterleiten. Sulach, sehr gut in dieser Doppelfunktion, kann sich offensiv einschalten, kommt auch ab und zu mal zum Abschluss, sorgt dafür, dass Servet eigentlich mit falschen Flügeln spielen kann, oft so, dass eigentlich die Flügel schnell mal nach innen brennen. Zum Beispiel gerade eine Leonie Fleury, die sehr viele Tore geschossen hat bisher, kann sehr fest davon profitieren, wenn Sulach da den ganzen Flügel abdeckt. Amandine Sulach war großartig in dieser Vorrunde. Servet hat sich verstärkt mit einer neuen Außenverteidigerin, mit Manon Réveillé von Olympique Lyon, eine Leihgabe. Normalerweise leihst du eine Spielerin nicht aus für eine halbe Saison, damit sie nicht spielt. Das hat mich etwas verwundert. Sulach wird da also Konkurrenz bekommen. Mal schauen, ob Réveillé es dann auch wirklich schafft, ihr den Rang abzulaufen oder ob Erik Severac da eine andere Taktik geplant hat. Sulach auf jeden Fall in der Vorrunde großartig, verdient es hier im Team erwähnt zu werden. Im Zentrum der Abwehr, Mitte bei der Dreierabwehr, habe ich mich für Laura Walker entschieden. Laura Walker, eine alte Liebe von mir, würde man sagen, wie ich sie die ganze Zeit schon lobe. Aber muss man auch. Der Käpt'n von den Grashoppers hat durchgehend gute Leistungen gezeigt. Es war kein einfacher Sommer, keine einfache Saison, kein einfacher Start für die Grashoppers. Walker startet im Mittelfeld, wurde dann zurückgezogen in eine Dreierabwehr, war souverän. Sie ist sicherlich nicht Teil des Problems, sondern nur Teil der Lösung bei den Grashoppers. Leadership hat sie gezeigt, durchs Band durch. Aber sie hat auch entschieden. Und zwar, sie hat sieben Tore geschossen. Das ist nicht normal für eine Innenverteidigerin, in der Schweiz zumindest nicht. Sieben Tore, Elfmeter, die sie verwandelt hat. Nach Standardsituationen ist sie zur Stelle. Sie ist beteiligt an der Spielauslösung bei den Grashoppers. Aber auch oft letzte Frau und auch oft die Frau, die dafür sorgt, dass die Balance da ist, die absichert. Und wieder etwas, das ich sehr, sehr schätze an Fußballerinnen oder an Fußballern allgemein, aber vor allem im Frauenfußball, wo wir zu wenig davon mitbekommen. Sie ist eine laute Spielerin. Sie redet mit ihrer Mannschaft. Sie koordiniert vor allem ein junges Grashoppers mit Spielerinnen, die vielleicht nicht ganz so viel Spielpraxis haben. Walker erdet sie und sorgt dafür, dass sie die Position halten. Laura Walke also statistisch, aber auch von ihrer Bedeutung, vom Leadership her, eine wichtige Stütze in diesem Team, bei den Grashoppers und einer Spielerin, die personell wirklich überragt. Die zeigt, dass sie auch bei einem Team, das unten an der Tabelle anzugliedern ist, sehr, sehr großartige Leistungen bringen kann. Vielleicht auch ein Thema für die Schweizer Nationalmannschaft, wenn wir uns da Fragen stellen, was machen wir mit der Innenverteidigung, muss Nils Nielsen beantworten. Aber sicherlich, Walker hat von sich Reden gemacht, ist eine großartige Fußballerin, scheint auch ein guter Mensch zu sein, so wie sie die Führung in diesem Team übernommen hat. Eigentlich in einem Moment, wo sie zwar schon Käpt'n war, aber es war da so wie ein Machtvakuum bei den Grashoppers, weil drei eminent wichtige Stützen im Mittelfeld wegfielen und Walker konnte das abfedern, konnte das annehmen und ist eine der Spielerinnen, die oft vor die Kamera tritt, aber die auch in und neben dem Platz dafür sorgt, dass bei den Grashoppern und Grashoppers da die Moral nicht fehlt und dass eigentlich der Anspruch an jedem Spiel gleich hoch bleibt. Laura Walker also eine der Innenverteidigerinnen, die ich ins Team der Vorrunde wähle. Die Innenverteidigung abschließend tut ein anderer Käpt'n, eine andere Spielerin mit sehr viel Leadership, wieder eine Spielerin, die Verantwortung übernimmt, eine Spielerin, die Bälle verteilt und das ist in diesem Fall Melanie Huber. Der Käpt'n der FC Basel Frauen hat in letzter Zeit sich nochmal weiterentwickelt, eine sehr, sehr gute Spielerin, oft ein bisschen wenig aufgefallen, neben all ihren Kolleginnen, aber stets mit guten Leistungen. Melanie Huber hat es im Verlauf der letzten Monate in die Schweizer Nationalmannschaft geschafft, hätte meines Erachtens auch da ein Debüt verdient oder beziehungsweise gerechtfertigt, sollte eigentlich da auch schon Minuten zählen, aber das kommt nicht von ungefähr. Huber ist abgeklärt, sie ist gut, sie hat auch schon als Sechser gespielt, das merkt man, sie denkt ganz anders, schaltet ein bisschen schneller und das ist bei einer Innenverteidigerin Gold wert. Wenn eine Spielerin die Spielintelligenz hat, dass sie nicht nur den Raum beherrscht, sondern auch schnell mal denkt, oh, und merkt, da ist jemand, da ist jemand, da kann ich was machen und das ist sehr wichtig, vor allem auch gerade so, wie der FC Basel spielt unter Sebastian Bader mit diesem Mittelfeld, das eigentlich mehr nach vorne ausgerichtet ist, sehr viele kreative Spielerinnen, da kann dann Huber eigentlich gut den Unterschied machen. Sie war auch vor einer speziellen Challenge gestellt und zwar ihre Mitspielerinnen in der Abwehr fielen weg, eine nach der anderen war verletzt, hatte Probleme physisch und konnte nicht spielen und Huber musste da ein Team zusammenhalten, oft auch mit improvisierten Lösungen neben sich, sei es in der Außenverteidigerposition oder auch bei anderen Innenverteidigerinnen und hat doch da das Level eigentlich hochgehalten, hat die Qualität hochgehalten. Auch bei den Torhüterinnen fiel bei Basel sehr viel aus, war sehr viel Rochade da, da hat drei verschiedene Torhüterinnen gespielt, Czudin war verletzt, Burla war dann verletzt, Burla mit weniger Spielpraxis zuerst, dann war sie verletzt, dann musste die 16-jährige Celina Wölfle kommen, sie musste zuerst einmal in das Team integriert werden, die Spielphilosophie mitbekommen, das hat Huber eigentlich sehr gut gelöst. Was sie aber auch gemacht hat, ist ihr Leadership bewiesen bei einem Team, das in Basel jetzt doch sehr viele neue und junge Frauen zählt, also nicht wie früher erfahrene Spielerinnen aus dem Ausland geholt hat. Bader hat sich ein sehr junges Team zusammengetan und wir alle wissen, wie es ist, eine 17-, 18-jährige Deutsche, eine 17-, 18-jährige Franzosin und eine Tschechin und so weiter unter einem Dach zu bekommen und sie alle spüren zu lassen, dass sie da zu Hause sind, dass sie sich entfalten können und eigentlich da die Stimmungen im Team zu konzentrieren und dafür schauen, dass es auf dem Platz, wo der Trainer dann weniger mitzureden hat, wirklich harmoniert und funktioniert. Dafür braucht es einen starken, einen guten, einen personell, sagen wir empathisch und doch durchsetzungsfähigen Käpt'n. Das hat Melanie Huber bewiesen. Kopfballstärke ist da, Freistoßtore hat sie geschossen. Der eine oder andere Sist bei einem langen Ball, Huber macht das gut, statistisch vielleicht nicht ganz, ganz so gut wie Laura Walker, aber doch eine großartige Innenverteidigerin, auch sie jetzt schon in der Nationalmannschaft, wie gesagt, sollte jetzt dann hoffentlich im Tournoi de France ihre ersten Minuten spielen für Nils Nielsen und sie könnte sehr, sehr wichtig sein für den Angriff auf die Spitze der Tabelle für den FC Basel, wenn die FC Basel Frauen ja jetzt wieder zur Rückrunde den Tritt finden, den sie eigentlich hatten Anfang der Saison und dann gegen Schluss der Vorrunde ein bisschen verloren haben. Da wird sicherlich sehr wichtig sein, dass Melanie Huber da nochmals einen Schritt nach vorne macht, statistisch ein bisschen mehr auftaucht, aber auch das Team besser im Griff hält. Es könnte auch ein Thema sein, dass wenn Bader alle Innenverteidigerinnen zurück hat, eine Sinahirschi, eine Esther Schigi und so weiter, dass er Huber dann wieder als Sechser aufläufen lässt. Das ist beim FC Basel da eine kleine Krisenposition, weil sie da noch nicht den richtigen Schlüssel gefunden haben. Da könnte ich mir vorstellen, dass Huber dann auch so das Team zusammenhalten kann. Eigentlich die erste Abwehrspielerin ist, aber auch erste Angriffsspielerin. Das könnte das Spielsystem von Basel noch etwas revolutionieren. Das wäre sehr spannend zu sehen, wie Huber mit dieser Position-Switch zurechtkommt. Aber ich glaube, Huber wird sich durchsetzen, auch bis Ende der Saison. In den ersten 13 Runden aber ganz klar eine herausragende Innenverteidigerin und bekommt so den Zuspruch, hier auch bei uns die Abwehr zu leiten. Gut, schauen wir uns mal den Abwehrsektor nochmal an. Dann, hier haben wir mit Gael Thalmann im Tor von Servet, dann Amondine Sulach, auch von Servet, Laura Walcker von den Grashoppers und mit Melanie Huber von Basel. Sehr viel Erfahrung, nicht mehr die jüngsten Spielerinnen, auch wenn sie nicht alt sind, aber Spielerinnen, die sich schon bewiesen haben, Spielerinnen, die dafür sorgen werden, dass das Team sehr viel Balance hat, vor allem in der Rückwärtsbewegung. 3-5-2, das heißt also, wir müssen ein gut ausgeglichenes Mittelfeld haben. Fünf Spielerinnen sind da der Schlüssel, dass die sich nicht in die Wege kommen, brauchen sie spezielle Charakteristiken, das heißt, braucht ganz klare Wingbacks, Leute, die einfach den ganzen Flügel machen sollen und dann in der Mitte braucht es gute Technikerinnen, aber auch Sicherheit, die müssen füreinander laufen können. Also sind wir jetzt gespannt, was denn alles für Spielerinnen, für mich da Platz gefunden haben. Fangen wir am rechten Flügel an, Wingback, für mich die, eine der, der großen Überraschungen dieser Saison, aber auch schon letzte Saison, knapp dran, ins Team der Saison gewählt zu werden. Ich denke, hätte sie noch die drei Monate im Frühling bekommen, wäre sie vielleicht im Team gewesen. Und das ist für mich Jana Neuhaus von den Young Boys. Die Young Boys sowieso eine überragende Mannschaft im Moment. Man hat nicht wirklich mit ihnen an der Tabellenspitze gerechnet. Man wusste nicht, was kann Charles Grüter aus diesem Team rausholen. Dann der Transfer, Stephanie D'Aida und man hat das Gefühl, das hat so alles ins Laufen gebracht. Aber Jana Neuhaus ist ein wichtiger, wichtiger Puzzlestein in diesem Konzept, in diesem Gefüge Young Boys. Neuhaus, eine Mittelfeldspielerin, die schon unter Machunda und dann auch in den paar Spielen unter Grüter gezeigt hat, dass sie in der Mitte einen Unterschied macht. Sie gibt keinen Ball auf. Sie kämpft, kämpft, kämpft und hat aber Technik und Intelligenz, um etwas aus Bällen zu machen, die eine andere Verteidigerin, sie hat meistens Außenverteidigerin gespielt, vielleicht einfach weg haben wollte. Das ist sehr wichtig, da der Anschluss zum Spiel. Dann ist sie eigentlich unermüdlich. Man bekommt sie nicht K.O. Sie geht eigentlich jeden Weg, den sie gehen muss. Sie versucht jedes Mal den Lauf zu machen, versucht jedes Mal da die Kontrolle und den Kontakt mit der Aida, mit Bachmann, die meistens vor ihr spielt, zu suchen. Versucht da eigentlich das Spiel zu connecten, das Spiel zu verbinden und das ist sehr wertvoll. Ist aber auch immer pflichtbewusst, kommt zurück, verteidigt, wenn sie muss. Geht einmal ins Zentrum, wenn sie da ausgleichen muss. Ist sich nicht zu schade, sich auch mal in einen Ball zu werfen, einfach mal den Fuß dagegen zu halten. Das sind sehr, sehr wichtige Attribute. Jana Neuhaus ganz klar auf einer aufsteigenden Trendkurve und das nicht nur damals Mittelfeld letzte Saison, sondern jetzt als Außenverteidigerin. So eine Neuerfindung von Charo Grüter. Ich weiß zwar, sie hätte angeblich in der Junioren-Zeit bei den Young Boys auch schon Außenverteidigerin gespielt, aber jetzt eigentlich eine großartige Neuentdeckung. Für mich eine der Spielerinnen, die nicht schlecht spielen kann diese Saison. hat mich überzeugt in all den Spielen der Young Boys die ich gesehen habe sowohl in Person als auch online. Jana da ein wichtiger Baustein. Ich denke, sie geht etwas unter, weil die Protagonistinnen im Moment andere sind, die die Tore schießen, die die mehr vom Spiel haben, aber Jana ganz, ganz wichtiger Puzzleteil und der Kontrast, wenn sie auf dem Platz ist und wenn sie mal nicht auf dem Platz ist oder auch die Abwehr ohne sie, die wir gesehen haben oder mit ihr, macht ganz, ganz andere Fallen, als wenn Jana spielt. Jana Neuhaus sehr, sehr engagiert. Ich denke, es kommt ihr zugute, dass sie auch im Zentrum gespielt hat, dass sie diese Erfahrung hat. Ich bin sehr, sehr gespannt zu sehen, wo sie sich weiter positioniert. Ich bin sehr gespannt zu sehen, was noch geschehen kann in diesem Frühling, wo das ihre Reise hingeht, wie sie sich verbessern kann, denn im Moment ist sie natürlich, sage ich, von den Spielerinnen, die mir diese Saison aufgefallen sind mit Verbesserungen, indem sie besser geworden sind, die sich weiterentwickelt haben, ist Neuhaus ganz, ganz oben dabei. Eine Spielerin, die in dieser Liste nicht fehlen darf und deshalb bei mir im Fünfer-Mittelfeld-Wingback Jana Neuhaus. Kommen wir zum Zentrum. Wir brauchen eine gute defensive Mittelfeldspielerin, eine Spielerin, die das Spiel verteilen kann, die aber auch ab und zu selber im Abschluss auftauchen kann. Wir brauchen aber auch Spielerinnen, die bei Standards diese treten können, diese gut vor das Tor bringen und da gibt es in unserer Liga eigentlich vor allem nur eine Lösung, das ist Sondi Mandli. Sondi Mandli für einige hieß es ja schon älter. Was kann sie noch bringen, als sie aus dem Ausland zurück in die Schweiz kam und sie hat gezeigt, sie kann alles bringen, großartig, war auch in der Champions League jetzt zuletzt fabelhaft. Sondi Mandli die ganze Saison durch großartig Leadership, nicht immer so laut wie ihre Kolleginnen, aber großartig. sie balanciert das Spiel, kann 6, 8, 10 spielen, beliebig, kann auch falscher Flügel sein, das ist eigentlich egal bei Sondi Mandli, sie hat so ein bisschen dieses alte Fußballer Genie gehen, dass sie sich oft fallen lässt, dass sie vielleicht mal einen Tritt hier verteilt, einen Tritt da, wo der Schiedsrichter das nicht sieht, aber das gehört halt auch zum Spiel und Sondi Mandli ist eine sehr komplette Spielerin. Das ist eine Spielerin, bei der du keine Angst haben musst, mit welchen Zehen du sie spielen lässt, ob hinter ihr jemand mit mehr oder weniger Erfahrung ist, ob vor ihr jemand mit mehr oder weniger Erfahrung ist, sobald sie da ist, weißt du, es wird funktionieren. Mandli hat im Cup überzeugt, Mandli hat in der Liga überzeugt, in der Champions League, ich denke Mandli hätte auch in der Nationalmannschaft überzeugt, da hat sie zu wenig Minuten für mich bekommen, aber bei Servet klar eine Stütze, klar eine Leistungsträgerin, klar eine der Besten und kommt so ins Team der Vorrunde als Sechser. Mehr muss man da nicht sagen. 3-5-2 erlaubt ein Dreier-Mittelfeld und das werde ich ausnutzen und deshalb gehen wir gleich zur nächsten Position, die Achter-Position auch da. Wahrscheinlich keiner von euch überrascht. Riola Riola Cemailli für mich auch diese Saison sehr gut. Viele dachten ja gut, das ist jetzt die Saison, wo sie sich beweisen muss. Einige dachten auch schon letzte Saison, weil sie ja in der Hälfte der Saison 19-20, nein eigentlich Saison 18-19 schon zu meinem Satz kamen. Aber Riola hat es meines Erachtens geschafft, sich zu behaupten und nochmal eine Schippe draufzulegen. Sie ist ein klarer Pendel Box-to-Box, sie kann fast alles. Sie hat eine neue Facette gefunden und zwar Kopfballspiel. Sie spielt jetzt besser mit dem Kopf, sie ist abschlussstärker insgesamt. Sie spielt mannschaftsdienlicher, das gefällt mir auch sehr gut, hat aber immer noch den Mut, die Cojones einfach mal abzuziehen und das ist sehr relevant, sehr wichtig. Sie hat eine großartige Übersicht, sie kann lange Bälle spielen, sie kann Kurzpass spielen, sie weiß wie kombinieren, sie weiß wo sie hinlaufen muss, wo das Lücken da sind, Spielintelligenz, sehr viel Talent, das kommt bei ihr sehr, sehr natürlich, aber man merkt, auch da ist Training im Moment im Spiel. Sie wird konstant besser, sie übernimmt eine andere Rolle, sie versucht sich physischer zu platzieren in diesem Mittelfeld, vor allem oft, wenn sie aus Sechser auflaufen muss, bei Sebastian Bader eben ein Problem, das wir ja schon angesprochen haben, bei Basel, dass sie oft da die Balance zwischen den drei kreativen Mittelfeldspielerinnen nicht ganz hinbekommen und Riola macht das sehr gut, selbst wenn es dem Team nicht ganz läuft, Riola hat großartige Momente, sie ist verspielt zum Teil, aber das macht auch Spaß, zum Beispiel gegen die Grasoppers haben wir einige Momente gesehen, wo sie wirklich unglaublich coole Spielzüge hinbekommen hat, Bälle ans Aluminium, Riola ist eine Bereicherung für die Liga, eine Bereicherung für Basel, hoffentlich bald eine richtige Bereicherung für die Nationalmannschaft, ein Top-Talent, es gab Konkurrenz in ihrer Position, ich habe auch statistisch natürlich von den Toren und so weiter habe ich mir angeschaut, gibt es Spielerinnen, die da vielleicht eher den Zuschlag verdient haben, aber unterm Strich ist Riola Gemayli für mich die beste zentrale Mittelfeldspielerin in der Liga, zusammen mit Sandimandli, zusammen mit der nächsten Spielerin, die drei sind herausragend und machen auch einen Unterschied, nicht nur in ihren Vereinen, sondern auch in der Liga und ja, Riola wird einer der nächsten Transfers sein, die wir verkraften müssen, werden aus unserer Liga heraus, ich hoffe, dass es nicht schon diese Saison stattfindet, sondern erst nächste Saison, da mein Appell an die Gebrüder Degen, dass die Riola uns noch eine Saison länger in der Schweiz lassen, das wäre sehr wichtig, eine Spielerin, die, wenn man sie als Maßstab nehmen wird, muss nicht sein, dass man das total erfüllt, aber als Maßstab, wie eine Spielerin sich weiterentwickeln sollte, wie eine Spielerin ihre Qualität mit Training paaren sollte, sicherlich großartig auch für unseren Nachwuchs in der Schweiz. Ich habe es schon angesprochen, kommen wir zur 10er Position, hier bleibt mir nichts anderes übrig, diese Spielerin hat ihr Team revolutioniert, hat dafür gesorgt, dass die Young Boys an zweiter Stelle sind in der Saison, in der Liga bis jetzt, sie hat zehn Tore geschossen, sie hat sich zurück in die portugiesische Nationalmannschaft gespielt, sie war rundherum die Beste. Es gibt solche Momente, es gibt solche Tage, wir Portugiesen sind es uns ja gewohnt, dass die beste immer der portugiesisch ist, bei Cristiano Ronaldo, jetzt bei Bruno Fernandes, aber auch bei Stephanie Eider. Großartige Saison von ihr bisher, man hat das auch schon ein bisschen gerochen, als sie in Thun da in diesem Vorbereitungsturnier war, sogar als Innenverteidigerin hat sie schon gezeigt, oh da ist was. Die Young Boys, ein junges Team, ein Team in Umbruch, ein Team mit einem neuen Trainer, brauchten Leadership, sie brauchten einen gewissen Kick an Führung und an Qualität. Dass Da Eider viel Qualität hat, das war unbestritten, dass sie Führungspotenzial hat, das hat sie jetzt doppelt und dreifach bewiesen. Sie fehlt den Grasaupern sehr, aber sie macht bei Young Boys alles richtig, macht da den Unterschied. Man merkt es, Comeback Queen, wenn die Young Boys hinten sind, ist es immer über sie, die die Antwort kommt. Und zwar, weil sie reagiert, weil sie das Team mitzieht, weil sie alle Läufe macht. Sie könnte auch ganz faul sagen, ich bin ein Zehner und einfach hinter der Stürmerin stehen bleiben. Sie könnte auch sagen, ich bin Achter, aber vor allem hier im Zentrum. Das macht sie nicht. Sie ist auf dem Flügelamten zu treffen, sie ist im Strafraumamten zu treffen, ständig. Sie kommt auch mal in den eigenen Strafraum zurück, holt sich da Bälle. Sie ist im Umschaltmoment unglaublich schnell, unglaublich flink, die Beste. Ich würde mir so wünschen, ich könnte wirklich mal ein Team sehen mit Daeira, mit Mandli und mit Riola, drei Spielerinnen, die so schnell schalten, die so gut roschieren können, so gut miteinander mit anderen Spielerinnen funktionieren. Ich würde so gerne sehen, wie das funktionieren würde. So ein Upside-All-Stars gegen ein anderes Team, das wäre für mich der Traum, weil Daeira so schnell ist im Schalten. Daeira ist aber auch positionell sehr, sehr clever. Sie weiß, wo muss ich hin, wo wird der Ball fallen, was muss man machen. Dann hat sie einen großartigen Schuss, sie ist bei Standards tödlich, entweder wenn sie selber schießt oder wenn sie mit dem Kopf auftaucht. Sie ist abgeklärt, im Moment prallen alle Druckmomente, alle Nerven, alles an ihr ab. Sie ist unglaublich gut unterwegs. Ich hoffe, der Winter hat ihr diesen Elan, hat ihr dieses Tempo, diese Pace, die sie im Moment hat, nicht genommen und wir werden sie schon nächstes Wochenende dann sehen, wieder auf Top-Level bei den Young Boys. Wenn sie gut spielt, spielen die Young Boys gut und wenn die Young Boys gut spielen, haben sie noch eine Chance auf den Titel oder sicherlich auf den Champions League Platz, den man in Bern sicherlich will und Daida ist auf ihrem persönlichen Level großartig, hat nochmal eine Schippe draufgelegt, vielleicht ist die Erfahrung da wichtig, mit 27 ist sie wahrscheinlich in ihrem besten Moment in ihrer Karriere, aber man muss auch da wieder einen Lob ans Team der Young Boys aussprechen an Rolf Kirchhofer, an Andres Mayer, dass sie diese Spielerinnen dazu bewogen haben, nach Bern zu kommen und gesehen haben, dass das das Puzzleteil war, das ihr Team braucht. Vom etwas klaren Mittelfeld gehen wir zum linken Flügel, auch da eigentlich auch ziemlich klar. Die Spielerinnen, die ich auserkoren habe, viele Tore geschossen, großartige Fußballerin, selbst als ihr Team eine Bess hatte, war sie noch die Beste, hat eigentlich immer Gas gegeben, ist neu Käpt'n und beweist, dass das zurecht ist, sie übernimmt Leadership, sie übernimmt Kontrolle, eine sehr, sehr großartige Fußballerin, schon letzte Saison, vorletzte Saison und jetzt wird sie das fortsetzen, das ist Irina Pando, Pando ehemals Prütsch, hat diese Saison Mittelstürmerin gespielt, Flügel, hat im Zentrum gespielt, war noch nicht Außenverteidigerin oder Innenverteidigerin, das gab es ja letzte Saison, aber hat gezeigt, sie kann für Balance sorgen in ihrem Team, sie kann in die Rolle schlüpfen, die das Team gerade braucht, ist es jemand, der Bälle bringt, macht sie das, ist es jemand, der abschließt, macht sie das, ihr Tempo wegen der positionellen Lage und wegen dem, sagen wir, komplizierten, etwas schlechteren Spiel von Luzern in dieser Vorrunde nicht ganz zur Geltung gekommen, wie wir es uns gewohnt sind, aber eine Geheimwaffe, die sie noch bereithält, wahrscheinlich jetzt für die Rückrunde, um zu zeigen, was sie wirklich bewirken kann, aber ihre Spielintelligenz, ihre Stärke bei Standards, auch da wieder als Vollstreckerin oder als Vorbereiterin, die muss man hier herausstechen, Irina Pando unglaublich klug, unglaublich clever, wenn sie aus dem Flügel oder als Mittelstürmerin arbeiten kann und das wird wahrscheinlich auch der Schlüssel sein für Luzern, um hier die Saison noch zu kippen, wir wissen Luzern in einem Umbruch, dazu dann in einem späteren Podcast mehr, aber Pando ist jetzt der wichtige Schlüssel, wir wissen, es kommen Angebote aus Frankreich, aus England, wenn sie jetzt nur noch eine halbe Saison in der Schweiz bleibt, was man ihr gönnen kann, muss sie diese auch noch erfolgreich abschließen, ich hoffe, dass Corona ihr das erlaubt, dass sie jetzt noch 15 Runden spielen kann und dass sie dann auch ihr Goal-Count erhöhen kann, sie hat sehr oft sehr gnädig Bälle abgegeben, sonst wäre sie jetzt schon wahrscheinlich bei 13, 14 Toren, die sie hätte schießen können diese Saison, vor allem gegen Lugano hat sie dann immer noch einen Querpass gemacht, das hat man gemerkt, aber Irina Pando offensiv eine unglaublich starke Spielerin, hätten wir ein 4-3-3 gemacht, wäre sie einfach ein bisschen weiter vorne, ich fand für mein Team, so wie ich es aufbauen wollte, in einem 3-5-2 ist sie als Wingback besser als Mittelstürmerin gegeben, unglaubliches Tempo, unglaubliche Qualität, ich habe kein Spiel gesehen, in dem sie nicht gut gespielt habe, ich habe Spiele gesehen, in denen sie nicht so zur Geltung kam, aus unterschiedlichen Gründen, aber sie hat immer gut gespielt, war immer die bei Luzern, die wirklich nie schlecht aussah, die, die eigentlich konstant fit war, obwohl sie eigentlich eine schwierige Zeit hatte, mit Masterarbeit, viel um die Ohren Arbeit, aber sie hat das auf dem Platz immer wieder gezeigt, dass das sie nicht beeinflusst und daher ist sie mein linker Wingback, Irina Pando von Luzern. Nochmal ein kurzer Blick ins Team, 3-5-2, wie gesagt, wir haben Geil Thalmann im Tor, Amandine Sulach, Laura Walker und Melanie Huber, dann mit Jana Neuhaus, Sandi Mandli, Riola Cemaili, Stefanie Daera und am Flügel haben wir Irina Pando. Ja, ein Team, das sich sehen lässt, würde ich sehr, sehr gerne mal zusammenspielen sehen, viele Rivalinnen, auch eine Mischung von verschiedenen Teams, das merkt man, dass diese Saison nicht eindeutig ein Team ganz, ganz schlecht war oder man sieht, jedes Team hat wenigstens jemand, der raussticht und gerade in diesem Stichwort kommen wir zur ersten Stürmerin, die ich in diesem 3-5-2 erkoren habe, das ist Ardi Taizeni vom FC St. Karl-Stadt, Iseni hat sehr, sehr überrascht diese Saison, sie war letzte Saison auch gut, aber nicht konstant, war sie auch diese Saison nicht immer, aber sie hat 13 Tore geschossen und das musst du erst mal machen, das haben nur sie und Fabienne Humm gemacht, sie macht das besser aus ihren Chancen, ist extrem schnell, ist extrem gut und hat den Zug zum Tor, muss an ihrer Abschlusskraft noch arbeiten, ist sicherlich von allen Stürmerinnen in der Liga nicht die beste im Abschluss, aber spielt auch meistens über den Flügel. Was auch sehr interessant ist hier bei Adita ist, dass sie eigentlich durchs Band durch beteiligt ist am Chancenaufbau von ihrem Team und das mag ich. Ich sehe, wie sie versucht, mit ihren Mitspielerinnen Kontakt herzustellen, wie sie versucht, die Läufe zu machen, so dass es dann funktioniert, was man bei jungen Flügelspielerinnen oft nicht sieht. Ich habe gerade ein Interview mit Rio Ferdinand gesehen, zu Manchester United, Cristiano Ronaldo und wie man bei jungen Spielern eigentlich oft sieht, wenn sie im Flügel spielen, dass sie oft verspielt sind, mit dem Ball irgendwelche Tricks machen wollen, dass sie eigentlich versuchen, sich selber herauszuheben aus dem Spiel und dann ist der Rest der Mannschaft frustriert, weil du machst all die Läufe, du musst abwarten, nicht ins Abseits laufen und so weiter und die Bälle kommen nicht und bei Ardita ist das nicht der Fall. Wenn sie durchlaufen kann, was sie am liebsten macht, dann sowieso nicht, dann schaut sie und reagiert. Wenn sie aber selber im Spielaufbau beteiligt ist, ist sie dann auch darauf bedacht, eigentlich mit dem Team schnell zum Zug zu kommen und das lobe ich mir bei einer jungen Spielerin. Das ist erst ihre zweite Saison auf diesem Level, aber sie hat eigentlich trotz Verletzung in wenig Spielen, ich glaube es sind zehn insgesamt und vielleicht hat sie sieben durchgespielt, hat sie 13 Tore erzielt. Das ist eine Leistung. Man kann sagen, ja gut, fünf dieser Tore gegen Lugano, aber hey, du musst fünf Tore gegen Lugano auch noch schießen. sie hat Qualität bei Freistößen, sie da ein großartiges Tor gegen die Young Boys erzielt, sie hat Qualität sowohl wenn sie aus der Seite kommt oder nach vorne, sie kann sogar Wingback spielen, also irgendwie defensiv, man merkt, es macht ihr nicht so viel Spaß, es ist nicht ihre Lieblingsposition, Arita Taisenia aber herausragend diese Saison bisher sehr, sehr gut, ich hoffe, sie ist wieder genesen und kann jetzt schon am Wochenende gegen Lugano wieder auftrumpfen, das wäre super, nur bei einem muss Arita noch arbeiten, nein, bei zwei Sachen, die eine ist mir wichtiger als die andere, und zwar sie muss konstanter werden, sie muss mehr ihre Chancen verwerten, oft hat sie drei Chancen und verwertet nur eine oder vier oder fünf und das muss besser werden, aber ganz, ganz wichtig, sie muss an Interviews kommen, sie muss endlich mal bei Abseits vor die Kamera, sonst wird es schwierig mit einem Team der Saison, weil irgendeinmal müssen wir ja auch Spielerinnen bevorzugen, die gerne vor die Kamera kommen, das ist ein kleiner Spaß beiseite, aber Arita Taisenia auf einem sehr, sehr guten Weg, sehr, sehr toll, bisher in dieser Vorrunde klar herausgestochen. Schließen wir unser Team ab mit einer Spielerin, ja gut, die ist einfach fast immer dabei, Fabienne Hum, Fabienne Hum erzielt auch diese Saison wieder 13 Tore, die meisten Tore muss man sagen zu Beginn der Saison, dann eine kleine Bäs bei Hum, Hum hat auch andere Rollen im Team übernommen, sie ist der Käpt'n, sie ist die Führerin, sie ist das Herz und der Motor von Zürich, die einzige Spielerin der FC Zürich Frauen, das sind wir uns nicht gewohnt, aber ich denke, diese Saison hat sie als einzige wirklich, wirklich Argumente dafür, in diesem Team, also bisher in der Vorrunde zu sein. Hum abschlussstark, kreiert gute Chancen, hat ab und zu auch ein bisschen Pech, muss man auch sagen, aber sie hat diese Saison besser angefangen, als sie sie beendet hat. Das kann mehrere Gründe haben, Zürich hat auch den Trainer ausgewechselt jetzt, vielleicht lag es auch an dem, dass die Harmonie im Team nicht gestimmt hat, aber Hum hat es wieder geschafft, auch mit 33 Jahren mehr aufzufallen als alle anderen. Sie macht die Arbeit, sie läuft die Läufe, sie geht die Wege, natürlich wie beim Mandli, eine Spielerin mit diesem altmodischen Spielwitz oder Dain L-Bogen hier im Tritt vielleicht zwei, dreimal zu oft gefallen, aber so ist Fußball, Fabienne Hum verheiratet beide Sachen, die nervige Stürmerin, die immer opportunistisch ist, aber auch die abgeklärt technisch sehr, sehr gute, großartige Stürmerin, die alle Tore schießt. 13 Tore musst du erst schießen, auch hier 5 gegen Luzern im gleichen Spiel, auch die muss man machen und Hum hat gezeigt, dass sie nach wie vor einer der Besten ist in dieser Liga, einer der Besten bei Zürich sowieso und dass sie Platz hat in diesem Team, auch in der Champions League, Zürich insgesamt nicht aufgefallen, nicht positiv, aber Fabienne Hum immer wieder engagiert, das ist wichtig, auch in der Nationalmannschaft merkt man, wenn Hum spielt, bewegt sich was, Spiel gegen Belgien eine Ausnahme, das ist aber auch nicht ihr zuzuschreiben, man merkt, Fabienne Hum ist eine Spielerin, die sich engagiert, den Unterschied ausmacht und die wirklich im letzten Drittel Qualitäten hat, die in der Schweiz nicht viele Spielerinnen haben und so mit 13 Toren gehört sie jetzt auch hier in dieses Team der Saison, aber man muss schauen, wird sie ihre Form von Anfang der Vorrunde wieder erlangen oder macht sie weiter da, wo sie aufgehört hat in der Rückrunde und dann wird es schwierig, weil dann hat sie Konkurrenz. Aber Fabienne Hum schließt das Team ab, schauen wir uns das nochmal an, wir haben Geil Thalmann im Tor, Amondine Sulach, Laura Walker und Melanie Huber in der Innenabwehr, rechter Wingback Jana Neuhaus, dann Sondi Mandli mit Riola Cemaili und Stefanie Daida im Zentrum, dann linker Wingback Idina Pando, die zwei Stürmerinnen, Ardita Izeni und Fabienne Hum, das also die elf Spielerinnen, von denen ich denke, dass sie am besten waren in der Vorrunde in dieser Saison 2020, 20, 2021, aber ich will es nicht nur bei diesen belasten, ich muss noch einige Spielerinnen erwähnen, von denen ich denke, dass sie gute Leistungen gebracht haben, diese Saison. Kommen wir jetzt zu den Honorable Mentions, zu diesen Spielerinnen, von denen ich dachte, sie hätten es wirklich in dieses Team schaffen können, da waren wirklich kleine Details, die den Unterschied gemacht haben, in der Torhüterinnen Position, meines Erachtens, Saskia Bürki, die sich bei den Young Boys doch gezeigt hat, sie hat gezeigt, dass sie ready ist für die nächste Stufe, dass sie die Nummer 1 bei einem Top-Verein sein kann, ich finde, sie hat das sehr gut gemacht und einfach, weil sie nicht ganz konstant und nicht immer spielen konnte, deshalb nicht in Frage gekommen, um Geil Talmann da vom Thron zu stürzen, aber eine sehr, sehr gute Spielerin. Eine andere Torhüterin, die man hier erwähnen muss, ist Susann Stutz, die aus dem Ruhestand zurückkam für den FC Zürich, man hat hier gedacht, ja gut, das ist einfach, um das Team auszubalancieren und dann plötzlich bricht sich Livia Peng den Arm und Stutz muss liefern, muss spielen, hat das sehr gut gemacht, also hier die Honorable Mentions, in der Abwehr muss man auch da wieder Spielerinnen ansprechen, die sehr, sehr gut gespielt haben, eine Chantal Wieser, wo ich bei Luzern, wo ich nach wie vor denke, sie sollte im Zentrum spielen, hat als Außenverteidigerin eine gute Falle gemacht, war gut unterwegs, hat mir gefallen, in dieser Position war eine Konstante, eine gute Spielerin, da sicherlich mehr zu erwarten, wenn sie da noch mehr Routinen kreiert, im Team von Glenn Mayer, Chantal Wieser, sehr, sehr gut gefallen, hat mir auch in der Abwehr eine Julia Schasberger, zeitweise nicht immer, aber sie zeigt, sie hat sehr viel Talent, deshalb war sie damals bei Futura, deshalb ist sie ein Thema sage ich im Schweizer Frauenfußball insgesamt, Julia Schasberger sehr gut, mir hat auch Leana Zaug gefallen, allgemein bei den Young Boys ein sehr starkes, ein gutes Team, auch Laura Frey, wenn sie gut ist, ich sage jetzt, die erste Saisonhälfte war sie nicht so ganz top ihres Spiels, aber in einer zweiten Phase der Saison dann viel besser, eine Laura Frey hat auch Vorteile, hat mir sehr gut gefallen da, wichtig zu erwähnen, Entschuldigung hier, wichtig zu erwähnen auch Simia Hefti, Simia Hefti, die Außenverteidigerin oder Wingback zum Teil vom FC St. Gallen, wenn ich ein klassisches Team jetzt 4-4-2 oder 4-3-3 gemacht hätte, wäre sie vielleicht sogar im Team gelandet, es war schwierig zu entscheiden, wen ich wo unterbringen soll, Simia Hefti hat eine sehr gute Saison gespielt, ich denke sie ist noch nicht auf dem Level, wo sie letzte Saison war, aber sie kann es noch werden, kann da noch hingehen, ich denke da ist auch vieles von der Form des Teams abhängig, mir hat Simia Hefti sehr sehr gut gefallen bei St. Gallen und ich Lugano eine Lugano Martin Martin Olli wo ich Chiara heißt, sie glaube ich zum Vornamen eine Spielerin, der ich auch sehr viel Potenzial nachsage oder der ich sehr viel Potenzial sehe, was sie defensiv hinbekommt, wie sie sich positioniert, wie sie Zweikämpfe angeht, da ist sie noch nicht so weit, ist klar, wenig Jugendausbildung in Lugano im Moment, weil die Spielerinnen ja sofort im ersten Team zu meinem Satz kommen müssen, aber da sehe ich sehr viel Potenzial, das kommen könnte, ja, okay, nicht Teil für das Team der Saison jetzt direkt, aber Spielerinnen, die man erwähnen muss. Im Mittelfeld weiter, ganz klar, Marilena Wittmer, das ist so die, die am meisten wehtut, sie außen vor zu lassen, Wittmer, großartige Saison gespielt, auch schon letztes Jahr war sie gut, aber jetzt noch besser, Marilena Wittmer hat einfach im direkten Vergleich mit Manley nicht gewonnen. Das ist halt so, ich finde Manley war ein bisschen besser, aber Wittmer großartige Saison gespielt, war unglaublich wertvoll für die Young Boys, unglaublich wertvoll für die Liga, solche Spielerinnen aus der Bundesliga zurückzuholen, mit ihnen zu arbeiten, zu schauen, was kann da noch geschehen mit der Spielerin, sie war auch in der Nationalmannschaft im Gespräch, das sicherlich mit guten Gründen, ich finde Marilena Wittmer hätte es locker in dieses Team schaffen sollen, ich denke da ist bei ihr zusammen mit Simea Hefti so der Schmerz am größten, dass man die nicht hat einbauen können. andere Mittelfeld spielerinnen die auch gut ausgesehen haben, die zum Teil überrascht haben, auch Ellie Meyer hat sehr sehr gut gespielt, die meisten von uns haben dieses Spiel gegen Zürich im Kopf, wo sie nicht ganz so toll ausgesehen hat, ich habe im Kopf, wie sie mir kein Interview geben wollte nach dem einen Spiel, das ist halt immer so negativ für eine Spielerin, wenn du ein bisschen unfreundlich zu mir bist, ist es immer schwierig, dass ich dich dann in diese Top-Teams einbaue, obwohl ich das eigentlich abschalten kann und deshalb sage ich das auch hier, Ellie Meyer größtenteils sehr gut diese Saison, aber im direkten Vergleich vielleicht nicht gut genug. Wenn wir zu den Offensivkräften kommen, Offensivkräfte, die positiv aufgefallen sind, ganz klar Alice Salagonia, auch die eine Spielerin, die ich gerne im Team integriert hätte, ich musste irgendwo Entscheidungen fällen und Lagonia, genauso wie Fleury und Pedro Jiménez, aber vor allem Lagonia hat mir sehr gut gefallen als Zähnerin, als falscher Flügel, sie hat diesem Team mehr Balance, mehr Ideenreichtum gebracht, mehr Abgeklärtheit, Lagonia war ja Langzeitcaptain bei Neunkirch, das ist nicht von ungefähr, sie hat schon mal einen Double gewonnen, ist jetzt mit Servet auch unterwegs zum nächsten Double, war ja schon letzte Saison, jetzt finde ich sogar noch besser als letzte Saison, Alissa Lagonia wäre für mich ganz klar in dieses Team reingekommen, aber auf der Zehner-Position, ja, da ist Daida einfach noch besser, im Sturm, Huben weglassen mit 13 Toren, auch Iseni weglassen mit 13 Toren sehr, sehr schwierig, also, ja, musste Lagonia ins Team der Saison gewählt werden, auch mit Flügel ähnlich, und Sarrazin, sehr, sehr gute Spielerinnen, haben viele Tore geschossen, aber im direkten Vergleich halt nicht ganz da drin, viele von euch haben sicherlich Svenja Völmli erwartet, aber Völmli hat einen Teil der Saison verletzt, gefehlt, hat gezeigt, dass sie sich verbessert hat, macht einen Sprung nach vorne, wenn sie jetzt in der Rückrunde diesen ganzen Aufwärtstrend hält, könnte das auch ein Thema sein für die nächste, für das nächste Team der Saison, aber im Moment reicht es auch bei Svenja Völmli noch nicht ganz, es gibt dann Spielerinnen, die sicherlich für einige Zuschauer auch da rein gehören eine Leslie Ramseyer, eine Jennifer Wies, alle Spielerinnen, die sehr gut sind, die in ihren Teams wichtige Rollen einnehmen, aber diese Saison nicht ganz in die Konkurrenz rankommen. Ja, das waren meine Honorable Mentions, ihr seht nochmal das Team der Vorrunde für mich, die elf Spielerinnen, geil, Talmann, Amandine, Sulach, Laucha Valka und Melanie Huber in der Abwehr, dann haben wir Mittelfeld, fünf Frauen, Jana Neuhaus, Sondi Mandli, Diola Cimayli und Stefanie Daera zusammen mit Irina Pando, das Fünfer Mittelfeld mit zwei Wingbacks und dann im Sturm Ardita Izeni und Fabian Hum. Ja, was denkst du, ist das ein gutes Team, ist das ein Team, hinter dem man stehen kann oder hättet ihr jemanden in dieses Team gewählt? Was war für euch die beste Spielerin dieser Vorrunde und worauf freut ihr euch am meisten in der Rückrunde? Wir hören sehr, sehr bald, sehr, sehr viel voneinander, die Interviews aus dem Spiel Lugano gegen St. Gallen folgen, ein Podcast wird folgen zur Situation der Nationalliga B und dann werden wir auch wieder den Spieltag versuchen auseinanderzunehmen, mal schauen, wie wir hier unsere Podcasts dann auch wirklich filmen und aufnehmen können, da sind wir noch dran, das Ganze Corona-konform zu machen. Ich hoffe, ihr bleibt uns erhalten hier auf dem Channel, vergisst nicht, uns zu abonnieren, hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf Soundcloud und auf Spotify. Das war's von mir, das Licht geht mir aus, ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit und viel Vergnügen mit der Rückrunde der Women's Super League.